Hallo, grüß dich, herzlich willkommen. Mein Name ist Christina und online bin ich besser bekannt als Germanista. Du bist hier richtig, wenn du Deutsch lernen möchtest. Es ist Mittwoch und heute gibt es wieder ein Lernvideo für euch. Für heute habe ich ein wirtschaftliches Thema für euch ausgewählt. Und zwar geht es heute um die Mozartkugeln. Der Hersteller von den Salzburger Mozartkugeln ist nämlich leider pleite gegangen. Also er ist bankrott gegangen. Mehr darüber lesen wir heute in diesem Lernvideo. Bitte bleibt dran, gleich geht es los. So, meine Lieben, lasst uns loslegen und uns dem heutigen Thema widmen. Den Text, den ich ausgewählt habe, findet ihr unter t-online.de. Er wurde am 2. Dezember 2021 veröffentlicht. Die Überschrift lautet, nach Konkurrenzpleite, jetzt spricht der Erfinder, der Mozartkugel. So, die Konkurrenz ist die Gegenpartei der Gegner und die Pleite, dafür gibt es zwei andere Wörter, und zwar Insolvenz oder Bankrott. Also man kann Insolvenz anmelden, das bedeutet to file for bankruptcy. Der Erfinder, das ist ein anderes Wort für der Inventor. Anfang der Woche musste einer der größten Produzenten der berühmten Mozartkugeln Insolvenz anmelden. Nun spricht der Urenkel des Erfinders, der Praline, und drückt der Konkurrenz die Daumen. Die Daumen drücken bedeutet das, also Glück wünschen. So, welche Wörter haben wir? Produzieren, ein anderes Wort wäre herstellen, man könnte auch sagen etwas anfertigen oder machen. So, dann haben wir der berühmte, ein anderes Wort dafür wäre bekannt. Okay, Insolvenz anmelden haben wir gerade vorhin besprochen. Der Urenkel, also ein Enkel, ist the grandchild, und Urenkel ist the grand grand grandchild. Erfinder, das hatten wir auch schon. Der Daumen ist the thumb, also man kann jemandem die Daumen drücken. Eine kleine, runde Süßigkeit sorgt die Tage für Aufsehen. Die Mozartkugel, denn einer der größten industriellen Mozartkugelhersteller Österreichs, die Salzburg Schokolade GmbH, musste Anfang der Woche Insolvenz anmelden. So, das Gegenteil von rund wäre eckig. Für Aufsehen sorgen, bedeutet für Furore sorgen, für eine Sensation sorgen. Also, das Aufsehen ist ein anderes Wort für Furore and Sensation. Das Aufsehen, die Furore, die Sensation. And Sorgen dafür is to cause something. Gut, der größte industrielle Hersteller, so der größte Produzent. Und genau, musste Insolvenz anmelden. Okay. Für Martin Fürst ist dagegen die Kugel bis heute der Mittelpunkt seines Lebens. Immerhin führt er in fünfter Generation die gleichnamige Konditorei im Herzen Salzburgs. 2015 hat der 45-Jährige den Betrieb von seinem Vater übernommen. Hier produziert der gelernte Konditormeister gemeinsam mit seinen mehr als 60 Mitarbeitern ebenfalls Mozartkugeln. In Handarbeit und nach Originalrezept. So, dagegen, dieses Wort ist ein Adverb und bedeutet hier in contrast to. So, in contrast to, I don't know, another company for example. Oder in contrast, ja, zu dem industriell produzierten, industriell hergestellten Süßigkeiten. Steht bei diesem Mann die Mozartkugel in the center, im Mittelpunkt of his life, seines Lebens. Hier haben wir einen Genitiv. Immerhin bedeutet anyway or however, führt er die Konditorei, die gleichnamige, so die Patisserie or the pastry shop with the same name, Im Herzen Salzburgs, in the heart of Salzburg, in the fifth generation. Und er führt diese Konditorei, so he is leading the Konditorei. So, im Herzen Salzburgs. Wir haben Salzburgs, man sieht an dem S, es ist ein Genitiv und im Herzen ist Dativ, aber mit einer N-Deklination. Also, das ist eine dieser Ausnahmen, weil es ist ja das Herz und kein Wort mit einem der Artikel. Und er hat die Firma übernommen von seinem Vater, von is immer Dativ und etwas übernehmen to take over. So, produzieren hatten wir schon, gemeinsam is together, mit seinen, mehr als 60 Mitarbeitern, mit is Dativ, plural. So, together with his 60 people or with his staff and ebenfalls as well Mozartkugeln, but in Handarbeit, so made by hand. Erfunden hat die Pistazien, Marzipan und Nougat gefüllten Schokobällchen Fürsts Ur-Urgroßvater Paul Fürst. Und das bereits im Jahr 1890, knapp 100 Jahre nach dem Tod des berühmten Sohnes Salzburgs und Namensgeber der Süßigkeit Wolfgang Amadeus Mozart. So, invented Pistachio, Marzipan and Nougat. So, die Pistazie, das Marzipan und Nougat hat entweder den Artikel das oder der. So, gefüllt mit, to be filled with, so ich habe das notiert, genau, to be filled with, so the ball, the balls, Bällchen, So, entweder man nimmt das hier im Dativ mit im Jahr oder man sagt einfach nur 1890. Dann braucht man keine Präposition und auch keinen Nomen. Knapp 100 Jahre später, shortly after 100 years, nach dem Tod des berühmten After the Death of the Famous Son of Salzburg, Sohnes Salzburgs, zweimal Genitiv. Und Namensgeber, der Namensgeber is like the name giver of die Süßigkeit, the sweet, genau, Das hier ist der Herr Martin Fürst, in fünfter Generation. Kein Wunder also, dass noch heute eine kleine Nachtmusik als Warteschleifensong für alle läuft, die am Telefon nicht direkt zu Fürsts Konditorei durchdringen. Es macht mich sehr stolz, dass mein Vorfahre die Mozartkugeln erfunden hat, so Fürst. Doch ehrlicherweise kenne ich nichts anderes, ich bin schließlich damit aufgewachsen. So kein Wunder, no wonder, and that you can hear when you call, an der Warteschleife, so on the waiting loop, you hear die kleine Nachtmusik, the famous song by, or the famous composition by Mozart, und das läuft, ja, man sagt zum Beispiel, das Lied läuft, the song is played. Am Telefon sein, so I'm at the phone, das ist mit Dativ. Und genau, wenn man nicht durchdringt, das bedeutet in dem Fall, you are not getting through, through the line. Stolz is to be proud, or it makes me proud. Der Vorfahre is the ancestor. Ein anderes Wort für Vorfahre wäre auch Urahn oder Uraane. Gut, doch ehrlicherweise, so this is like, I have to be honest, ich kenne nichts anderes. I don't know anything else. Anderes könnte man hier auch groß schreiben. Und dann steht hier nur, ich bin schließlich damit aufgewachsen, like I grew up with it. Mit etwas aufwachsen. Aufwachsen mit, also wieder Dativ. So, dann gehen wir noch zum Ende. Ich drücke alle Daumen. Heutzutage produziert Fürst immer noch im selben Haus, in dem sein Urahn die Mozartkugeln das erste Mal formte. Weil Paul Fürst den Namen und das Rezept nicht patentieren ließ, hat der Erfolg der Schokokugel Dutzende Nachahmer auf den Plan gerufen. Wie auch Salzburgschokolade, die für den US-Konzern Mondelez produziert. Schuld für die Pleite war hier die Corona-Krise. Touristen, die die Kugeln kauften, blieben aus. So, heutzutage means nowadays, im selben Haus. Es ist nicht im gleichen Haus, da gibt es einen Unterschied. So, im selben Haus is like identically the same house. Und im gleichen Haus would be, there are two different houses, but they look alike. So, gleichen sich aufs Haar, that means like they are very alike. Etwas patentieren lassen, to make a patent. And Dutzende Nachahmer, this is like a dozen. Und Nachahmer, people who make a copy. Und man kann jemanden auf den Plan rufen, das bedeutet attract the attention of others. So, was können wir hier noch sagen? Ein Konzern, eine große Firma, Schuld für die Pleite. Oder man kann auch Schuld an der Pleite sein. Aber die Schuld für, is to be responsible for, or it can also be the blame. So, the blame goes to the crisis, zu der Krise. Und the tourists, that usually come, blieben aus, so they were not coming. Gut, man kann hier noch ein bisschen den Text weiterlesen. Man sieht ja auch ein Bild von diesem Erfinder der Mozartkugel. Dann geht es noch um die Designverpackung. Man sieht auch hier, sie sieht anders aus wie die Mirabelle Mozartkugel. Das ist von dieser Salzburg GmbH das Logo und das Design. Bei Fürst sind die Mozartkugeln in einem blau-silbernen Papier. Genau, und in einem normalen Jahr werden 3,5 Millionen Kugeln produziert. Wie gesagt, ihr könnt das alles durchlesen. Wenn wir wieder normal reisen können, könnt ihr gerne mal in Salzburg vorbeischauen, bei der Konditorei Fürst und eine Mozartkugel kaufen und vielleicht auch mitnehmen und verschenken. So, ich danke euch recht herzlich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich freue mich sehr. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, damit ich weitere Videos für euch produziere. Okay, vielen herzlichen Dank, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss, baba und servus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017